Willkommen zurück zu The Division, mein Name ist Latan und ich begrüße euch ganz herzlich hier zu diesem Guide. Der ein oder andere hat sich vielleicht gewundert, warum gestern kein Shopping Guide online kam und ich will euch kurz erklären warum. Ich schätze mal, dass in 2-3 Wochen das Update 1.4 online gehen wird, denn die Entwickler haben zwar kein offizielles Datum bekannt gegeben, aber sie haben gesagt, dass das noch diesen Monat online gehen soll und ich denke mal, so wie der Stand momentan auf dem PTS ist, werden sie noch einiges zu tun haben und von daher wird es sicherlich noch 2-3 Wochen dauern, bis es dann soweit ist. Jetzt, warum kam eben kein Guide für euch, also kein Shopping Guide? Ganz einfach, alles was ich euch bei diesem Shopping Guide empfehlen würde, wird mit Update 1.4 weitestgehend für die Katz sein. Nicht komplett alles, aber eben doch die meisten Sachen, zum Beispiel die Mods. Es gibt im Moment Mods mit Energiestufe 32 und mit Update 1.4 wird es Mods geben mit Energiestufe 33. Das heißt, wenn ich euch jetzt empfehlen würde, hey, kauft euch diese Mod, die ist super, dann wird es eben so sein, dass ich euch eine Empfehlung ausgesprochen habe, die später schlechter ist, wie das, was ihr haben könntet. Also, lasse ich im Moment den Shopping Guide und empfehle euch eben jetzt hier in diesem Guide, was ihr tun könnt, um euch optimal auf Update 1.4 vorzubereiten. Die erste Sache, die ich euch anrate, wenn ihr darauf Lust habt und die Zeit habt, erstellt euch Twinks. Das gibt mehrere Gründe, warum solche Twinks einen Vorteil haben. Erstens, und das ist der simpelste Grund und da müsst ihr den Twink gar nicht arg hochspielen, ganz einfach, ihr habt die Möglichkeit, euren Lagerplatz zu erweitern. Das heißt, eure Kiste ist voll, nehmt das Zeug, packt es auf den Twink, schaut, dass dieser Twink einen möglichst großen Rucksack hat und schon habt ihr euren Lagerplatz erweitert. Wenn ihr jetzt allerdings hergeht und diesen Twink hochspielt auf Level 30 und schaut, dass er alle Flügel bei eurem Hauptquartier frei hat, dann habt ihr noch weitere enorme Vorteile. Einer der großen Vorteile ist, ihr könnt alle Aktivitäten wiederholen. Das heißt, ihr macht mit eurem Hauptchart zum Beispiel die High Value Targets und ihr habt die abgeschlossen und dann lockt ihr einfach um auf euren Twink und macht die nochmal. Dadurch bekommt ihr natürlich wesentlich mehr Equipment zusammen. Ein weiterer Vorteil ist, ihr könnt zum Beispiel die Incursions machen. Wenn ihr jetzt die Incursion gemacht habt und habt eure Wochenbelohnung abgegriffen, denn einmal in der Woche gibt es ja doppelte Belohnung bei den Incursions, zum Beispiel in Falcon Lost, dann könnt ihr das Ganze nochmal mit euren Twinks machen. Das heißt, wenn ihr drei Twinks habt, denn einer ist ja euer Main und ihr habt drei Twinks, dann könnt ihr das mit allen vier Charakteren machen und habt eben nicht nur einmal diese Wochenbelohnung, sondern ihr habt sie viermal. Ihr habt eben nicht nur einmal am Tag eure Dailies gemacht, sondern viermal. In Zukunft wird es so sein, es wird ja in der Open World wieder die Bosse geben und die könnt ihr dann eben nicht nur einmal abfarmen, sondern eben zwei, drei oder viermal, je nachdem wie viele Twinks ihr eben habt. Die Respawn-Zeit dieser Bosse ist im Moment auf vier Stunden gesetzt. Ob das später genauso sein wird, weiß ich nicht. Vorher waren es 24 Stunden, jetzt werden die Bosse alle vier Stunden wiederkommen und ich schätze mal, wenn man die Routen mal so richtig drin hat, dann braucht man vielleicht so eine halb, dreiviertel Stunde, dann hat man die Bosse abgefarmt und das lohnt sich einfach, wenn man das Ganze dann nochmal mit einem Twink oder mit zwei Twinks oder drei Twinks eben wiederholt. Da bekommt man eben entsprechend mehr Loot und muss nicht diese vier Stunden abwarten. Ein weiterer enormer Vorteil, wenn ihr einen Twink habt, ist der Underground. Geht in den Underground, wenn ihr jetzt einen Twink ganz neu erstellt habt, dann ist der im Underground ja gerade mal Level 1 und bekommt sehr schnell Kisten. Das heißt, wenn ihr in den Underground geht mit eurem Twink, farmt Kisten. Macht diese Kisten um Himmels Willen nicht auf. Lasst die Kisten zu, egal wie es euch in den Fingern juckt. Denn der Grund dafür ist, die Kisten, die erst nach Update 1.4 geöffnet werden, beinhalten schon das aktuelle Equipment. Das heißt, wenn ihr jetzt 10, 20, 30 Kisten gefarmt habt, dann könnt ihr diese 30 Kisten öffnen und habt sofort jede Menge wirklich guten Loot aus Update 1.4. Achtet dabei aber drauf, dass der Charakter, mit dem ihr diese Kisten öffnet, auf jeden Fall den maximalen Gearscore von 229 hat. Wenn ihr die Kisten mit einem Charakter öffnet, der zum Beispiel Gearscore 160 hat, dann wäre es so, dass ihr dort kein maximales Equipment rausbekommt, sondern eben Equipment, was dann eben auch zu dem Gearscore von 160 passt. Also unbedingt darauf achten, der Charakter, mit dem ihr die Kisten öffnet, muss den maximalen Gearscore haben, so dass ihr eben auch wirklich das optimale Equipment rausbekommt. Eine weitere Sache, die ich euch wirklich ans Herz lege, ist farmed Crafting Material. Denn mit Update 1.4 wird es so sein, dass das Crafting wiederbelebt wird und alles, was ihr jetzt schon an Crafting Material habt, ist natürlich ein enormer Vorteil. Denn später wird es so sein, ihr könnt euch zum Beispiel Waffen craften mit dem maximalen Gearscore. Ich sage jetzt mal eine M44. Das ist ein Präzisionsgewehr, das ist sehr stark in Update 1.4. Das heißt, wenn ihr euch das craften wollt, dann könnt ihr das tun. Und zwar mit Gearscore 229. Wenn ihr neue Mods braucht, denn die Mods, wie gesagt, werden ja Energiestufe 33 sein, dann werdet ihr Crafting Material brauchen. Das Crafting auf dem PTS ist im Moment bei weitem nicht so teuer, wie es im Moment noch bei 1.3 ist. Also wird sich das auf jeden Fall lohnen, zu schauen, dass man möglichst viel Crafting Material hamstert. Wenn ihr jetzt Gier bekommt, ich sage mal irgendwelche Rucksäcke, Brustteile, Holster, oder sonst was, zerlegt die jetzt noch nicht. Ich weiß es nicht hundertprozentig, aber es kann sein, dass ihr bei Update 1.4 für jedes zerlegte Teil, egal ob das ein Waffenmod ist, ob das ein Klamottenmod ist, ob das irgendwelches anderes Equipment ist, es kann sein, dass ihr für jedes zerlegte Teil mehr Crafting Material bekommt, wie es im Moment der Fall ist. Denn die wollen auf jeden Fall dieses Crafting wieder massiv wiederbeleben. Das heißt, es würde Sinn machen, wenn sie eben auch die Möglichkeit geben, mehr Crafting Material aus zerlegten Teilen zu bekommen. Deswegen wäre es wirklich doof, wenn ihr jetzt schon das Zeug zerlegt und am Ende weniger bekommt, wie eben, wenn ihr wartet bis Update 1.4. Fassen wir also zusammen. Wenn ihr die Möglichkeit habt, erstellt euch Twings. Wenn ihr wollt, spielt diese Twings auf Level 30 hoch, damit ihr eben die Vorteile habt beim Farmen. Sei es im Underground Kisten, sei es später in der Open World die Bosse oder andere Sachen. Farmt Kisten. Macht diese Kisten nicht auf. Wartet bis Update 1.4. Sammelt Crafting Material. Schaut zu, dass ihr Mods bekommt, dass ihr Klamotten bekommt, dass ihr Waffen bekommt, alles was man irgendwie zerlegen kann. Ich persönlich habe relativ viel Zeug, Waffen und so weiter. Deswegen schaue ich drauf, dass ich möglichst viele Mods bekomme. Am besten irgendwelche Mods für Klamotten, also Leistungsmods, sonst irgendwelche Mods. Denn daraus bekomme ich später Elektronik. Und diese Elektronik, die werde ich eben brauchen, um mir möglichst gute Mods herstellen zu können. Wenn ihr diese Tipps beherzigt, dann werdet ihr bei 1.4 direkt richtig durchstarten können. Und ich hoffe jetzt mal, dass euch die Tipps soweit gefallen haben. Vielleicht habt ihr noch den einen oder anderen Tipp. Wenn ja, schreibt es mir in die Kommentare. Es wäre auf jeden Fall eine super Sache. Ansonsten hoffe ich natürlich wie immer, dass euch der Guide gefallen hat. Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen wollt, schaut mal rein in die Kommentare. Da packe ich euch einen Link rein zu MMOGA. Da gibt es Game Keys und Game Cards zu wirklich günstigen Preisen. Ich bin da selber Kunde, kaufe mir selber seit Jahren da meine Game Keys. Und ansonsten, ganz klar, freue ich mich wie immer über ein Däumchen, über ein Abo. Und dann bis demnächst hier in der Division. Euer Latan.